Hallo und herzlich willkommen zurück bei Far Cry 6. So, wir bewegen uns jetzt Richtung Sibesa oder Zabeza Treibschaflager. Das werden wir jetzt erstmal erobern und vernichten. Ich werde jetzt mal diesen Bereich ein bisschen umgehen. Nein, weil ich sehe da schon wieder rote Lichter am Horizont. Das könnte ein Außenposten sein, weil den können wir ja auf dem Weg zum Betriebsstofflager oder zum Treibstofflager ja rein theoretisch mitnehmen. So, warte mal, das sind hier diese Geschichten, die können wir ja anzünden, gell? Ach, warte mal, ich habe ja den Flammenwerfer abgelegt. Arsenal. So. Äh, da, da, da. Sehr schön. Das gibt Punkte. Oh, das ist wieder dieses Sturmgewehr. Da ist noch eine Werkbank. Ich zeige jetzt nicht dieses, äh, dieser Außenposten, der liegt oben auf dem Berg. Warte mal kurz. Da ist wieder so ein, ja, ja, der Meeting Center. Oh, ihr seid so süß. Ich streche euch alle. Ja. Ist das auch wirklich ein Mädchen? Ja, von den Augen her würde ich sagen, ja. Und was bist du? Ja. Sind die alle weiblich? Nein, theoretisch haben wir das doch eingenommen. Dann ist das doch unsers. So. 15 Metall, jawohl. Das war eine gute Beute. Diese Durchsagen, gell? Aber, Dick. So, jetzt gehe ich da trotzdem nochmal rein. Den haben wir kaputt gemacht, das weiß ich. Das haben wir doch alles kaputt gemacht. Das steht alles wieder da. Hä? Check ich nicht. In meinen Augen ist das doch hier irgendwie so eine Art, ja, Außenposten. Das haben wir doch geschafft. Ich habe da oben irgendwo Lichter gesehen. Rote. Hm. Jetzt wird schon wieder dunkel, kann das sein? Oder ist gerade Sonnenaufgang? Das müsste der Sonnenaufgang sein. Weil wir sind ja nachts unterwegs gewesen. Und dann kommt das. Wir sind ja nachts. Wir sind ja nachts. Wir sind ja nachts. Ah, sie lebst immer noch. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ach da, wir haben ihn gesehen. Da, 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 da. Da ist noch einer unterwegs, oder? Das war jetzt eigentlich nicht der Plan, das war ja richtig schlecht. Ruhig. Hm. Okay, alle Pferde sind... Oh, Alter. Warte, hoch, 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 hoch. Alter, hast du gesehen, das sind Krokodile? Hey! Blöde Kuh. Steigt die sich da einfach an? Nein, 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 warte, 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 bleib da oben, bleib da oben. Muss mal kurz gucken. Oh, jetzt muss ich mich auch auf Krokodile konzentrieren. Das ist ja schon echt viel, gell? Wo sind sie hin? Oh, Kacke. So. Halt, warte, warte, warte. Einfach cool bleiben. Oh, das ist doch geil. Oh, das ist doch geil. jetzt habe ich das pferd leider getötet tut mir am meisten leid da drüben ist noch was alter 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 weg wie schnell alle die biste Oh, ich hab ja vielleicht keinen Bock auf Kogoduck, gell? Mhm. Wenn hier nicht gerade so ein beschissenes Krokodil unterwegs ist. Alter, da ist der Krokoduck, da ist der Krokoduck. Servus. Hier ein Lager. Eine Workbench. Warte mal, Munition konnten wir doch auch herstellen, oder? Das war Kimme und Korn. Habe ich hier noch was anderes? Nee, habe ich nicht. Ganz zerbrechend. Hatten wir nicht noch einen Talisman? Nee, gell? Das war's. So, jetzt haben wir da auch panzerbrechende Munition mit bei. Okay. Alter, diese Geräusche, ne? Zum Teil sind's meine und dann sind's wiederum andere. Ei, ei, ei. Boah, bloß nicht schwimmen in der Gegend hier. Hier ist noch einer. So, das war sehr gut. Schön leise. Die sind ja alles so unentspannt. Das ist abartig. Krass ist. Krass ist Geschichte. So. Dona E3. So, wir schlechen uns jetzt mal an. Warte, da kommt wieder ein Reiter. Danke. Ja. Okay. Ja. Okay. Das kriegt er hin. Hat er es hingekriegt? Ja, hat er. Ja, der kriegt das hin. So, die kriegen das hier alle hin. Und wir laufen weiter. Das sah gerade aus wie ein Krokodil. Dieser Baumstamm. Ja, das mit dem Cleversein, das versuchen wir jedes Mal. Da ist ein Alarm. Oh, Entschuldigung, falscher Knopf. Ja, ist ja gut. Zumal, dass ich hier jetzt einfach frei rumlaufe, ohne dass sie mich sehen, gell? Klar, dass der Alarmschalter wieder auf der verkehrten Seite ist. Da ist die Kamera. Also hier. Dieser Lichtschein. Ein Scharfschützer hält Wache. Den machen wir als erstes weg. Okay. Na komm. Oh, scheiße. So, bist du hier ohne Ruhe? Oh Mann, bin ich gut. Theoretisch darf ich nicht auf Sani schießen, oder? Oh Mann, bin ich gut. Scheiße, die wissen, wo ich bin. Ist mal blöd. Ah, kacke. Der Alarm. Ah, das war nichts. Das war wirklich nichts. Der Alarm. Tony. Sunny, Soldaten sehren sich auf der Straße. Sie können jede Minute bei dir sein. Das kriegen wir aber hin. Warte, ich bin doch eigentlich doof, gell? Ich hab doch da eine Seilrutsche. Ganz ruhig, ganz ruhig. Alter, was ist denn jetzt los? Warum trefft die so gut? Ich hab die Schlüsselkarte. ологisch. Was ist das? Los geht's! Los geht's! Ah, da ist die Schlüsselkarte! Perfekt, die haben wir jetzt! Ja, 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 ja! Den Zettel lesen wir gleich! Boah, war das schlecht! Das kennen wir besser! Beim nächsten Mal auf jeden Fall! Erobert! Das Treibstofflager ist sehr gut! Sehr, sehr gut! Sehr schön, sehr, sehr schön haben wir die Mission auch! Ola, servus! Was ist? Ja, die war ja... Wir haben hier wieder... Du schon wieder! Auf der Insel lebt ein riesiges Schwein, das den ganzen Weg von Antons verdammtem Zoo hierher geschwommen ist! Töte es und hilf diesen Menschen! Danke dir! Wo ist halt 8 oder oben? Oh, wir kommen jetzt mittlerweile auch hier rein! Mammutitusdal, Wildtiere! Okay! Haben wir mal aktiviert! Also, beziehungsweise... Äh... Ja, ihr wisst schon, was ich meine! Aktiviert nicht, aber wir haben es schon mal freigeschalten! So rum! Genau das ist das Wort! Boah, RPG! Äh, RPD! So rum! Jawoll! So eine Nachricht! Erinnerung! Inspektion! Nur zur Erinnerung! Kommandante Rosario wird morgen alle Stützpunkte im Tokoloro, kam zu ihrer halbjährlichen Inspektion besuchen! Befolgt bitte die Anweisungen, damit alles reibungslos verläuft! Die Kommandantin ist mit äußerstem Respekt zu behandeln und jeder der gegen das Protokoll verstößt oder sich auf eine Art und Weise verhält, die ein schlechtes Licht auf unsere Truppen wirft, muss mit dem strikten disziplinarischen Maßnahme brechen! Jawoll! So! Gut, haben wir das auch! Sehr gut! Wir haben das Treibstofflager, wir haben eine neue Mission mit freigeschalten und da kann mal jetzt ein Auto bestellen oder wie? Ein Taxi! Auto rufen! Oh! Die Farbe ist ja eigentlich... Ja, ist wurscht! Der Sound! Ja! Wollingen! V8 drinne! So! Warte! Steck doch ein! Trau dich! So! So! Alter! So! Warte! Die Karte! Wo müssen wir hin? Wir fahren dahin! Wir fahren dahin! Super! Läuft echt gut! Hier diese Spacken, die hier rumlaufen, die sind doch nicht ganz knusper oder? Die sind doch eigentlich Mitarbeiter von diesen Vivero! Warte! Oh! Das ist nicht gut! Acht! Das ist nicht gut! Hilf mir mal! Gern geschehen! Lieber Tatkisten Da, 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 okay Jetzt geht's los mit dem Ganzen Jawohl Mit dem Ganzen suchen, okay Die ganzen Kisten müssen wir dann auch noch abfahren Okay Also ist viel zu tun, wirklich viel zu tun Finde ich gut So, bist du jetzt ein Verbündeter Sehr schön, freut mich Weißt du was, wo Was hast denn du jetzt mit mir für den Stress hier gemacht Wo ist er denn Was kommt die denn her hier Aua, aua Verstecken sich echt gut Aber sind teilweise auch echt bescheuert So Genau da wollte ich reingucken So, hier in den Bunker Da wollte ich rein, genau Ach ja Juckt's mich am Auge So, du hältst die Stellung hier mit deinem 50er, gell? Ja brutal So, wir fahren weiter So, oder kurze Kurze Frage Wir wollten ja jetzt hierher fahren, gell? Sollen wir die Kisten gleich mitmachen? Dann haben wir die 7 weg Wisst ihr, wie ich meine? 1, 2, 3, 4 Und hier Komm, die machen wir gleich So, wir werden die Kisten Wir werden die Kisten So, wir werden die Kisten Die können aber auch gut werfen. So, da oben hoch. Komme ich da hoch? Nein, natürlich nicht. So, mach mal die Kisten gleich mit. Oh, Wildpferde wieder. Was ist denn los mit dir? Ich glaube, die Pferde machen nichts. Munitionshelm. Kopfbedeckung, okay. So, warte mal. Wo ist denn jetzt die Kiste? Haben wir schon eine? Drei, fünf, sechs. Ja, wir haben schon eine. Nee, haben wir nicht. Doch, haben wir. Da sind schon wieder irgendwelche Gegner. So, wie komme ich da hoch? Am schnellsten? So, das ist mal sehr interessant wieder hier. Die Wege. Da. Okay. Okay. Haben wir das da. Oh, warte mal. Ach, das war ein Wildpferd, gell? Das war ein Pferd. Ja. Ja, ja, ganz ruhig. Was ist denn los mit dir? Hm. Ohne Worte. Ohne Worte. Ziemlich viele Wildpferde sind hier am Weg. Okay. Parcours-Kappe. Aber nicht schlecht. Na ihr? Ja. Grüß dich. So, hier ist wieder so ein Sendeturm. Nächste Kiste, die wäre hier drüben. Ohne Worte. Ohne Worte. Ohne Worte. Ohne Worte. Mh-mh. Entschuldigt. Da lande ich aber auch genau bei dem Typen, gell? Sehr schön. Und das schaffst du, das schaffst du. Nein, 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 nein. Huch, ich hoffe, dass jetzt hier keine Krokodile sind. So. Sehr gut. Hier. Parcourshorts, okay. Die nächste Kiste ist da. Eigentlich immer den Pfad entlang, gell? Na? Hallo. Auf dem Turm waren wir noch nicht, glaube ich. Auf diesen Sendemasten hier. Da waren wir doch gerade, oder? Nee, wir waren bei dem kleineren Masten, der da war. Oh, ich weiß es nicht mehr. Hilft ihm aber nix. Bin schon dabei, bin schon dabei. Grüß dich. Sind das Schildkröten? Nee, das sah gerade nur so aus. Oh, hier war der Fisch. Getroffen. Nee, ich kann nicht angeln mit der bloßen Waffe. Huch. So, du, 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 da haben wir schon die nächste Kiste. Voll gut. Läuft gut. Na? Wieso, wieso komme ich denn da jetzt nicht ran? Okay. Wahrscheinlich kann ich die Paletten, die bei den anderen stehen, bei den anderen Kisten, die so verdeckt waren, wo ich so gemeckert habe, wahrscheinlich konnte ich die mit der Machete auch kaputt machen. Höchstwahrscheinlich. Probieren wir beim nächsten Mal aus. Und komm, die hoch. So, die Karte. Da ist die nächste. 180 Meter. Kriegen wir hin. So, gehen wir da lang. Ja, wir gehen links hoch. Ja, wir gehen links hoch. Ja, wir gehen links hoch. Wir gehen links hoch. Ja, wir gehen links hoch. Ja, wir gehen links hoch. Ja, klar waren wir hier schon. Es steht hier unten irgendwo. Da. Ja, krass. Da unten ist sie okay. Verbotszone? Ja, wieso das? Nee, ich krieg die nicht kaputt. Aber ich kann hier her schwimmen. Von der Seite aus. Alles klar. Also, das mit der Palette war ein Irrglaube. Das funktioniert nicht. So, die ist da hinten. Alter. Ja, wie gut schießt die denn? Bist du mich verarschen? Ja, habt ihr das mitgekriegt, wie die grad schießt? Ja, geleckt mich doch am Arsch. Das ist... Ja, Hammer. Der Maschinenpistole auch noch. Ja, gut. Sehr krass, dass die so... Dass die so krass drauf sind zum Teil. Servus. So, Parcours Hoodie. Okay, eigentlich alles für ein Parcours haben wir jetzt gesammelt. Jetzt fehlt nur noch eine Kiste. So. Die Stadt drüben. Entschuldigung, ich bin grad ans Mikro gekommen. So. Moin. Knapp 150 Meter. Da ist die Sau. Oh, sind zwei. Ich hab nur eins gesehen. Sind sogar drei. Alles klar. Oh, ein weiterer Turm. Da kann man mal auf die Schiffe gucken. Die der Diktator ja so angepriesen hat. Hier ein weiterer Zettel. Nachricht in sorgfältiger Druckschrift. Wachpatrouille ungefähr alle 30 Minuten durch die unteren Ebenen. Etwa jede Stunde einmal durch das obere Deck und die Kommando-Ebene. Der dritte Wachmann im Tonus. Der Fette macht meist an beiden Enden des Schiffs eine Pause. Der Kommandant, der macht nur einmal täglich nach dem Mittagessen eine Begehung. Das ist ziemlich wenig. Immer in Begleitung eines Tenienten, der alle Probleme lautstark benennt. Und Patrouillen erfolgen auch in der Nacht. Es gibt keine offenkundigen Lücken. Der Fettsack wäre die Lücke. Die kann man auch erobern. Oh, das ist schon wieder was für mich. Weiter hoch. Schon wieder dieser Typ hier. So. Oh, Alter. Ja, ja. So, lass mal sehen. Zwei Alarme. Da und da. Jedes Schiff hat eins. Schweres MG wieder. Mist. Meine Kamera. Die ist da. Und wahrscheinlich auf der anderen Seite genauso. Da. Oh, da ist auch noch ein Alarm. Und da ist auch noch ein Alarm. Da. Okay. Alle beide Bruder haben Alarm. Zweimal. So. Wo ist der Dicke, der jedes Mal wieder eine Pause macht? Momentan ist ja gar keiner auf dem Deck. Mal. Oh, du musst dir früh kleinbeut oder was? Boah, nee. Das kannst du abessen. Da gehe ich nicht runter. Hola. Hola. Aber hier, mit Fallschirm. So, warum ist eigentlich diese, dieses Schloss oder diese Burg noch nicht unser? Also, ich bin der Meinung, das können wir doch einnehmen. Gute Frage. Ich habe echt ein brutales Glück, dass die mich nicht gesehen hat. So, was ist mit dem da drüben? Ups. Ah, wo tritt der denn gegen? Okay, das war jetzt reines Glück, weil ich bin aus Versehen auf die Maustaste gekommen. Hoppala. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Scheiße. Aua, 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 ey. Alter, so ein Frettchen greift mich da an, das gibt es ja wohl nicht. Wenn wir das zu unserem machen. So, wir wissen ja ungefähr, welcher Feind ist und wie viele. Mungo-Fleisch. Alter, was ist denn hier los? Die sind aber aggressiv, oder? Oh, du bist aber auch flink, ey. Scharfschütze. Das verarscht mich. Scharfschütze. Okay. Okay. Jetzt habe ich. Okay. Sehr schön. Was schön leise. Ich sehe dich, Scharfschütze. Ich sehe dich, Scharfschütze. Ich sehe dich, Scharfschütze. Ich sehe dich, Scharfschütze. Scharfschütze. Boah, die treffen aber auch gut, ne? Da hat halt schnell ein 8C fix, Alter. Alter. Oh, wie weit die werfen können. Alter. Sag' er mal, wie heftig sind die denn? So, nur die Ruhe bewahren. Wo sind sie da? Die sind oben, ne? Oder hier drin. Ah, hier ist bloß ja so ein Zettel. Nachricht an den Großbestaben. Soll ich mal oben gucken. Alter, wie wirft denn der eine Granat und kommt noch so weit? So, einer noch. Der steht da unten irgendwo. Der steht da unten. Da halt. Oh, wer kommt denn denn noch alles? Sanitäter. Ach, scheiße. Jetzt bin ich hier runtergefallen. Alter. 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 Ah, 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 ah! Wo ist er? Wo sind die denn? Trotz weißer Klamotten siehst du die unheimlichen... Da. Komm ich nicht hoch? Dann komm ich nicht hoch. So. Sag mal, wie viele kommen denn hier noch? Jetzt kommen ja auch noch diese Bieste da entgegen. Oh, wie viele kommt denn da noch? Ich hab doch F gedrückt. Uh oh. So. Sehr schön. Oh, es sind da die ganzen Feinde. Alter, das ist echt Wahnsinn. Das ist never ending story hier. So. Danke dir, Amigo. Aber dieses vor kann man anscheinend nicht einnehmen. Ne, das sind zu viele. Geh mal weiter. Das ist das und das ist unnötig. Das war jetzt auch ein bisschen unnötig. Gut. Gut. Das ist schon noch einer, gell? Oder? Ja, da hinten läuft einer. Was ist das? Oh, Chemie, ne? Oh, Alter. Du Rädchen, Alter. Viel verloren. Findet es wieder. Sag mal, wo kommen denn die alle her? Was ist denn scheiß Briten denn da? Was ist das? Was ist das? stecken sich echt gut okay hier ist einmal ein Lager von uns das ist der erste Außenposten gewesen so hier war doch auch eins von diesen Plakaten oh alter also die Viecher hier gell die sind ja schlimmer als die die sind echt schlimmer als diese verfluchten sag's mir schnell äh Stinktiere im fünften Teil ja den kennen wir auch servus ja den haben wir auch schon geplündert normalerweise so gut wie es ging so boah ich bin bei sowas immer hochkonzentriert und krieg mein Maul nicht auf das für mich immer so ruhig weil das ist ja ja fast in die Hose gegangen das ganze hier so alles klar ich würde sagen weil diesen Außenposten kennen wir ja schon kann man eine Stellreise machen ne ne warte mal schnellreisen geht nur zu solchen Punkten hier gell genau den haben wir noch nicht ich würde sagen ich sammle jetzt das ganze Zeug noch hier ein bleib bei mir oder wir gehen noch bis zum bis zum Ziel kurz davor bis der Funkspruch kommt dass wir da sind und dann machen wir erstmal folgen Ende dann was ist los mit dir was guckst du so doof hab ich gar nicht gesehen dass das irgend so eine Fremde ist so Upsi jetzt fängt die beim Autofahren das Summen an das ist krass man kann jetzt auch hier drin reinschießen krasses Detail super super alles klar so wunderbar das sind Freunde gell ja das sind Freunde da waren wir doch auch schon ja sicher hier haben wir doch alles eingesammelt ja du bist ein freundlicher ja jagt dein Schwanz jagt dein Schwanz ja voll gut okay alle Hunde sind Junge und alle Pferde sind braves Mädchen hallo so wir gucken mal was hier auf dem Zettel steht noch Tagebucheintrag langsam werde ich alt ein Überfall und mein Rücken bringt mich um und der Einsatz hat mich mal den Sprit wieder eingeholt wir müssen diesen Scheiß wir müssen diese Scheiß Auftragsstation angreifen morgen werde ich mit den anderen Compayers reden und einen Plan ausarbeiten die dürfen uns nicht weiter so ausbremsen wir sind es die dafür sorgen dass Santuario satt und glücklich bleibt wir müssen damit rechnen dass wir uns irgendwann mal wehren weswegen sie uns erwarten werden weswegen ich mich morgens besser dehne ist das heiß heute was du nicht sagst also alles klar hier liegt noch ein Zettel was hast denn hier handschriftliche Nachricht Clara die Antwort ist wieder mal wieder einmal nein Libertat ist eine gute Sache ja aber das heißt nicht dass ich jeden schlechten Deal annehmen muss den du mir machst seit ich deinen Arsch aus dem Wasser gezogen habe hast du an nichts anderes als das Kapitol und El-Präsidenti gedacht das Leid um dich herum kriegst du gar nicht mit wenn du die Bewohner dieser Insel nicht befreien kannst welche Hoffnung hast du dann für den Rest von Yara ich habe das Netzwerk nicht für deine Guerilla aufgebaut sondern um den Tank meines Bootes mit Treibstoff und die Bäuche meiner Liebsten mit Essen zu füllen ich denke wir sind uns beide einig darüber dass ich meinen Teil mehr als erfüllt habe viel Glück dabei ohne unsere Boote nach Esperanza zu kommen ich hoffe du und deine Guerillus können gut schwimmen Bi oh da geht es heiß her er war Bi bist du das ach ja klar ist er sicher mit dem müssen wir jetzt sprechen Benito bleib entspannt mit dir sprechen wie in der nächsten Folge ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen würde mich freuen wenn ihr wieder reinschaut macht es gut tschau tschau das war Far Cry 6 das war